Was gibt's denn da zu lachen? Noch nie eine geschrumpfte Lehrerin im Pankos über einer Dartscheibe gesehen? Wenn ihr wüsstet, wie ich in diese äußerst missliche Lage gekommen bin. Jetzt wollen die das ins Kino bringen. Trailer gibt's auch schon. Wie ihr, ihr guckt euch das an. Ich kann daran nämlich überhaupt nichts lustig finden. Kann mich jetzt mal irgendjemand hier runterholen? Felix! Wir haben verschlafen. Komm, Beidung. Los geht's. Frühstück. Felix, erster Tag in der neuen Schule. Halt dich bitte an die Rügel. Ich weiß, sonst müssen wir umziehen. Und gleichzeitig seine letzte Chance. Denk daran, du bist hier nur Schüler auf Probe. Kein Toben, Laufen, Schreien, Klettern, Pfeifen, Hüpfen. Also, nur atmen und lernen. Leises Atmen und Lernen. Es gibt da nur ein kleines Problem. Du hast am ersten Schultag so viele Regeln gebrochen, wie kein anderer Schüler an seiner Probezeit. Oh oh. Wolltest du irgendwie Ärger mit dir haben, ja? Dann stell sie sich doch einfach nackt vor. Oder klein, winzig, klein, das funktioniert auch. Das war's dann wohl für dich. Hä? Was ist denn jetzt los? Weihnachten 2015. Hopp, hopp. Was ist das? Ein Albtraum? Ja, das kann man wohl sagen. Boah, ist das krass. Grausch mit Gessenbein ist geschrumpft. Sollette. Wo habe ich denn jetzt meinen Sponsor? Ket, was ist das denn? Eine Puppe? Du musst mich jetzt groß wünschen. Ich verliere ja jeden Funken Autorität, wenn mich jemand so sieht. Was machst du denn da? Sie sind jetzt mein Spickzettel. Ganz sicher nicht. Ich helfe ihm erst, wenn sie mir auch helfen. Ihre Schule hat schlicht und ergreifend zu wenig Schüler. Deswegen ist die Schließung der Schule alternativlos. Denkst du, ich lasse mir von diesem Waschlappen meine Schule wegnehmen? Um die Schule zu retten. Na, wenn sie mich aufnehmen, können wir sie groß machen. Dann haben sie genügend Schüler und ich eine Schule. Oh, Vorsicht, das ist alles sehr... Staubig. Müssen groß und klein. Zusammenhalten. Soll das ein Haar sein? Ja, was denn sonst? Sie müssen den Bogen höher machen. Ich weiß selbst, wie ein Haar geht. Ich brauche dringend ein Frühstück. Hast du was gesagt? Nö. Vielleicht in Gedanken. Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Quack, Brot. Soll ich es durchschneiden? Nee, nee, danke, das geht schon. Ab 17. Dezember im Kino. Sollte. 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 Jetzt ist sie. нар